Hallo und ich komme mal herzlich willkommen zum neuen Fortnite-Shop heute am Donnerstag den 2. Februar. Ich bin auch gerade von der Nachtschicht zurück und wir gehen gleich in den Items-Shop. Der Kaffee steht auf, den kann ich gleich trinken und es gibt ein neues Bundle sehe ich gerade schon. Das Kind ist zwar alt aber das Bundle ist neu. Also hier oben haben wir das neue Crew-Paket, die neuen Äxte und dann gehen wir hier gleich los mit dem Keep Up Radio Spinch-Paket heißt das. Und da ist unsere Kyra drin, hier, die hat ja, da stehe ich mal gerade hin, hier diesen rosa Stil bekommen und auch das Backbling dazu, das passt sich auch an. Der Skin ist nach 37 Tagen zurück, dann haben wir hier Staub von den Schultern, gehört da jetzt mit zu, ist nach 34 Tagen zurück. Der Zauberwürfel, den haben sie da mit reingepackt, ist nach 16 Tagen zurück und dann gibt es hier die Lackierung, ist das nicht die von Schmelzendes Gold hier von dem, wie heißt er denn jetzt, Midas, ich glaube das ist die Midas Lackierung. Und dann könnte ich die Kyra jetzt für 600 Vibugs kriegen. Ja, dafür könnte man ja darüber nachdenken, ne? Hört sich gut an. Ja, hier dann nochmal als Einzelnen und wir gehen weiter bei den Vorgestellten, da haben wir unseren Schwefeltyrannen, der ist auch nach 34 Tagen zurück, hat hier den Flammensiegel als Backbling. Cooler Skin finde ich. Dann haben wir Dämonika natürlich passend dazu, auch nach 34 Tagen zurück, die hat so Dämonika schwingen. Die glühend heißen Klingen gehören dazu und ein riesengroßer Gleiter, nämlich die brennende Bestie, auch cool. Und noch eine Axt gibt es da, die heiße Hacke. Und die Glyphenlackierung gibt es da auch noch, genau, glühende Glyphe, alles wie gesagt nach 34 Tagen zurück. Dann haben wir hier in der nächsten Zahne, Jonesy, die Kuh, war vor 36 Tagen das letzte Mal da, hier mit einer Milchpackung auf dem Rücken. Die Rinderhacke. Dann haben wir Pitstop zurück, nach 39 Tagen, cooler Skin, der hat hier, oder vielmehr die, glaube ich, nein, da wollte ich ihn, vier Stile wollte ich sagen. Also Standard, in Grün, in Lila und in Gelb. Finde den auch ganz gut. Dann haben wir hier den Sturmraser, bei dem trifft das natürlich genauso zu. Standard, Grün, Lila und Gelb. Lila finde ich eigentlich ganz gut. Sieht schon gut aus. Dann gibt es dazu High Octane. Auch noch 39 Tagen zurück. Hat natürlich auch die vier Stile. Somit ist das Bundle komplett. Dann haben wir in der nächsten Zeile Tiefsee macht. Das müsste auch schon ein paar Tage her sein. Bestimmt ein Jahr oder mehr. Gucken wir mal. Hier haben wir das Backlink. Octotank. Gucke ich gerade mal, das ist nach 502 Tagen zurück. Da haben wir dann den Tiefseeschrecken mit seiner Schnecke. Auch nach 502 Tagen ist klar. Nautilus, der Gleiter. Der ist genauso lange nicht da gewesen. Und auch die Krakenhacke. Ja, das ist ein nettes Bundle. Dann haben wir dann den Rückenknacker. Der ist auch nach 502 Tagen zurück. Backbling dazu. Dann gibt es da Vollgas zu. Finde ich ja gut. Ich hätte ja gerne mal im Spiel gesehen, wie das funktioniert. Mit dem breiten Ding. Inferno den Gleiter. Auch nach 502 Tagen zurück. Und dann geht es weiter. Psyon. Ist auch nach 502 Tagen zurück. Selektor als Backbling. Axiom. Backbling. Auch 502 Tage her. Genauso wie der Gleiter hier. Disruptor. Und dann haben wir noch eine Lackierung. Nee, ich war erst kommt die Psyonische Schneide. Erst mit die Axt. Auch 502 Tage her. Die Lackierung kommt ja später. Okay. Dann haben wir Kalia. Nach 829 Tagen zurück. Auch cool. Dann die tropische Axt dazu. Auch 829 Tage her. Dann haben wir in der nächsten Zeile. Schwebende Astrohine. Hier sind nach 62 Tagen zurück. Urstachel. Nach 661 Tagen. Jetzt kommt die Lackierung, die ich eben schon gesehen habe. Kritzelkumpel. Nach 62 Tagen. Echt intensiv. Nach 62 Tagen. Und Handzeichen. Und Handzeichen. Nach 62 Tagen. Dann haben wir Schwebende. Achso, das haben wir schon. Nächste Zeile. Täglich. Sturmtrooper. Die ist nach 33 Tagen zurück. Der Biestpilot. Nach 31 Tagen. Dann haben wir den Spitz-Hanker. Nach 43 Tagen zurück. Herumtollen. Nach 41 Tagen. Shanty für das Team. 35 Tage her. Am Wasser gebaut. Nach 36 Tagen zurück. Dann haben wir hier natürlich noch die ganzen Dragon Ball Sachen hier. Son Gohan und Piccolo. Alles einzeln. Dann haben wir noch The Kid, Leroy. Emotes. Music. Bundles. Ja, das war es schon mit dem Shop für heute. Mach's im nächsten Mal. Ciao, eure Sam. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020